Kommt ihr freiwillig oder muss ich zur Ecke machen? Ich glaube ich muss zur Ecke machen. Meine Fresse! Scheiße! Kommt ihr da? Oh, schien ins Kreizkuft! Reif dann! Da drüber! Oh, Odo drauf! Jawohl, schmeiß ihn da drüber! Ja! Ja! Jawohl! Und jetzt zack zack! Komm schon! Gib ihm! Okay, so, nächster! Du schon wieder! Oh, verdammt! Guck! Geh, komm schon! So! Ausgangsposition! Du, kommst nicht mit dem Messer! Oh! 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 Du, kommst nicht mit dem Messer gegen den Messer Der Messer tillfa Opern! da da drauf wo kann man mit dir rein da so was klein da da drüber auf der Toilette der versteckt sich im Klo oder was? ach du Pöcke oh Gott da sind ja auch noch mehr so viel Warte hell was zur Hölle was macht der da F ja scheiße wieso sagt man keiner dass ich F trocken muss so jetzt kommt Sierra was ist denn? oh komm oh verdammt 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 F F F F jawohl ach scheiße das will ich nicht überleben wieso wieso nicht wieso nicht wieso nicht wieso nicht ja verdammt verdammt wieso nicht mach ich was ist denn verdammt verdammt so die verdammt das blöcke oh scheiße nein wieso mit einem schlag ja dann noch mal von vorn jetzt bin ich davon aus nein nicht schon wieder von ganz oben was ist denn das für fieser scheiße was wir da kommen ja da in die box das mal nein Der da ins Aquarium! Oder auch nicht. Ups, okay. Kann ich da oben hüpfen, na? Ja, da kann ich oben, aber das ist nicht gut. So, jetzt kommt der da. Wow! Ja, was denn hier? Komm her da! Okay. Okay. Jawoll! Nein! Irgendwie waren's... Verdammt, wieso? Wie funktioniert das mit der Scheiß? Lockt das nicht immer! Okay, jetzt funktioniert's. Ja, jetzt... Stirbähnlich immer! Jawoll! Kacke! Wieso? Was macht er jetzt? Oh Gott! Das, was du so tocht, hm? Oh, scheiße! Ah, komm schon! Gib mir wenigstens ein faire Schauto! Wieser Wichser! Ja, magst du irgendwo drüber fliegen? Jawoll! So! Ja, für Messer! Okay, jetzt nehmen wir mal nämlich das Messer! Oh Gott! Es ist der Fall! Oh Gott! Jetzt darf ich nicht mehr so wenig Leben! Oh Gott! Brauchen wir unbedingt mal die... ...die Gesundheitsschreine da! Oh Gott! Kommt's her da! Oh Gott! Kommt's her da! Also, du... Oh Gott! Wie das ist so weit! Oh Gott! Oh Gott! Gibt's ja da! Verdammt! Nein! Jawoll! Brich am Kreiz! Verdammt! 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 Nein! Verdrücken! Hocken jetzt endlich mal! Das gibt's ja da nicht! Oh Gott, das muss ich auch schon weg, du! Shit! Ich krieg den Typen nicht zu fassen! Ich glaub, der hat ja nicht ein... Anti-Block-System... äh... Reif-System da... Warte, komm, schau, du bist doch so... Das geht wohl jetzt! Ah! Endlich! Face-Trip, Alter! Ja, aber du darfst jetzt gehen! Ach du kacke, das war jetzt der anstrengende Ich hoffe, das hat jetzt einiges gebraucht Halt und Lohnung, okay Wow, okay, ja, das hat jetzt einiges gebraucht So, jetzt können wir Hä? Okay, so Oh, was ist das da? Mein Griff nach oben, wenn sie niedergeschlagen wurden Ja, aber ich mache zuerst das da Durchschlagangriffe, ja Ja, ich bin mir sicher Ah, ich habe nur einen Punkt Oh, ich habe mich schon gefreut Ich bin in einer Stunde an der Vereinbartenstelle Okay Aber ich glaube, zuerst müssen wir nicht mehr Weil es mir lost Oh, okay, lass mir die Hoffnung You're late Seht ihr nur zu einer Apotheke geschaut? I'm not still watching He's got a real heart on Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet Alright, how are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the sun on Yi Winston and Dog Eyes escalated practically every day Don't you read my fucking reports? I mean you personally How are you doing? Look, Raymond I gotta get back Your state of mind is important, Wei It's important to me It's important to how you do your job Fuck you I do my job just fine Well, that's for me to decide You mean Pendru Pendru assigned me as your controller And listen, Wei Pendru may not be concerned about you But I am I know you have a personal stake here But this cannot be a vendetta We're cops There are rules You're a cop I'm an undercover cop The rules are different And you're fucking concerned about me? You are an officer of the Lawway Same as me We are not the same You understand? We done? Yeah, we're done Ach so kacke, ja Konflikte, ja Das kennt man aus Die Filme Aus die undercover-Filme Wo dann der Gute Zu dem Bösen geht Tja, was? Okay Ja, Telefon Also Wecker Das war der Wecker Ja, dann Drücken Sie mal Ja, das hab ich schon rausgefunden Danke Ähm Ja Das werden wir aber nächstes mal machen Und so wieder heißt's In der schäbigen Wohnung aufwachen Na, Scherz Sleeping Dogs Ja, na Bis zum nächsten Mal Und viel Spaß beim Ausschauen Ciao Ciao